weihnachtspost für dich 24 karten im advent heute gleich zwei karten aus einer idee und zwar gibt es iso karts und hier eine twisted iso kart ja es wird geprägt und gestanzt und wie die beiden in karten entstanden sind das zeige ich dir jetzt also bleibt dran und sei gespannt hallo und herzlich willkommen in meiner kreativwerkstatt schön dass du dabei bist ich bin angela von der stempel familie und wir stürzen uns gleich mitten rein ins vergnügen wir sind in der reihe weihnachtspost 24 karten für dich das läuft wie folgt ich zeige dir im lauf der nächsten wochen insgesamt 24 weihnachtskarten und du kannst eine davon gewinnen indem du unter den anleitungs videos kommentiert hast also mehrere chancen in den lustopf zu kommen und vielleicht bekommst du ja im dezember post von es geht los heute wird gestanzt mit den stanzformen bestickte sternen außerdem geprägt ich habe die träge form vintage buchstaben müsste sie heißen verwendet und das stempel set momente der ruhe und einen wunsch aus schneeflocken wünsche arbeiten tue ich außerdem festgelegt schon in rund weiß und glutrot und es wird sich zwischendurch ergeben ob mehr abendblau oder losen grün dazu kommt schauen wir mal was brauchst du für die karten anderthalb blatt abkarton in blutrot habe ich genommen und zwar ein stück geschnitten auf 21 mal 14,85 zentimeter und das aus dem anderen bogen ein stück geschnitten auf 10,5 x 29,7 zentimeter und zwei auflagen sehen ob es sie irgendwo zwei felder in der größe ich habe sie hier 10,5 x 14,85 zentimeter liegen müssen wir dann hier irgendwie drauf montieren und ich habe mir gedacht so iso kart ist ja super und schicke machen wir auch aber zeige ich nur ganz kurz und würde mich dann gleich mit der gedrehten diesel kart befassen und da bauen wir zwei karten die wir senkrecht aufstellen mal sehen ob es klappt bin mir gerade nicht sicher eventuell wird auch eine quer gebaut das muss ich zwischendurch dann kurz mal überlegen ansonsten hier siehst du habe ich mit abendblau gearbeitet zu dem blutrot und mit anthrazit grau ihr auch wobei hier weniger doch da im hintergrund ist ein bisschen gewischt in abendblau ja und zwei karten aus einer idee das heißt wie folgt man und ich mache immer platz ja für die auflage zeige ich einfach mal mehr wir brauchen die stanz maschine und ganz einfachen farbkarton im grund weiß da muss ich dir die maße noch sagen du brauchst im ganzen vier stück in den maßen zehn mal 14,3 zentimeter zwei elemente kommen in rein und zwei außen für die auflage sterne habe ich mir hier jede menge in silber da gibt es auch im mini katalog gerade noch mal drei verschiedene silbertöne sage ich mal folge und in grund weiß habe ich mir bestands die brauchen wir auch zwischendurch wie läuft das jetzt ich nehme mir als erstes so eine karte hier sind die elemente sehen wir schon die stanz form ich habe die gerne auf solchen schlüssel bringen such mir eine form wie ich das am besten schön anschauen möchte und lege das hier drauf wenn wir nachher was innen rein stempeln und hier kleiner tipp liegt ja ein extra dünnes papier ich habe weil ich es einfach für was anderes dachte noch zu brauchen pergament oben aufgelegt das brauchst du nachher um die stempel elemente da drin schön zu platzieren ja aber ich mache das jetzt mal in der übung nicht ich lege das so auf und dann sortiere ich mir hier meine sterne auf dem feld so so genau und würde das dann mal durch die big shot durch die stanz maschine tränen das holen wir dann raus dann ist es gestanzt und dann kommt der nächste schritt ist ich habe hier schon so fleißig vorgearbeitet den ersten schritt ja nicht gezeigt egal der nächste schritt ist dann und den machst du immer hinterher nicht vorher dass du die stanz form nimmst die prägeform nimmst und dein element ich habe es dann wirklich komplett noch mal drin platziert inklusive der sternchen und jetzt schon wieder einen suchen muss und dann wird es eingelegt und es wird geprägt hier ist der dritte moment ja ganz einfache sache einlegen die anderen platten austauschen und dann einfach drängen fertig du kannst aber das auch noch variieren zeige ich dir auch gleich noch und zwar in dem du die seite die dann nach außen kommt nach oben das ist da wo die buchstaben dann erhaben sind indem du die mit in dem fall habe ich schiefer grau genommen einfach bestempel ist eine element rein legst und das ganze so durch die regelform schiebst und dann kommt das motiv so raus weil ich einen spruch auf stempeln wollte habe ich den vorher schon aufgestempelter unten sitzt bist du so und der zweite abdruck des ganzen auch hier hatte ich den spruch schon aufgestempelt er sieht so aus okay das war jetzt sehr viel theorie hier wäre es das ganze noch mal ohne irgendwelche sprüche drauf ohne farbe einfach geprägt jetzt können wir wählen was wir nehmen ganz mehr hinterher sagen ob ich das richtige genommen habe und was bedeutet wenn ich sage eine idee zwei karten das bedeutet dass ich bei der einen karte dieses element verwende und bei der zweiten karte die ausgestandten sterne so jetzt haben wir das jetzt muss man mal kurz entscheiden welches wir nehmen ich nehme tatsächlich mal dieses intensiv geprägt und gefärbte und eine unterlage und dann habe ich ja gesagt kann ich ganz einfach meine mein zwischenpapier nehmen ich guck noch mal ob das passt passt genau und das lege ich hier drauf und somit kann ich die richtigen felder erwischen wo ich jetzt meine motive sein ok ich stempel mal zuerst dort haus setze ich hier großen block und das haus stelle ich in antrag zieht da ist ja nicht wild da muss ja nicht da kann ja auch was daneben gehen das ist ja hier nicht das problem das problem ist er das ist nicht richtig platziert dass wir dann die karte angucken und im stern eben nicht das haus sitzt sondern vielleicht die spitze vom haus also wissen wir dass wir auf ich setze dass sie drauf und weiß in die größe kommt es etwa jetzt kommt mein motiv mal oben drauf wo ist es hier das sieht super aus das haus ist genau da wo ich es habe möchte perfekt nur ein hausholte kommt in meine kiste und dann wollte ich da unten noch diesen schnucki kleinen man sagte mir das wäre ein fuchs ein kleiner fuchs den will ich da unten auf den stern rein also auf und dann ab der fuchs da sitzt da perfekt ein kleiner fuchs das wirklich mobile box so jetzt nehme ich mir einen meiner schwemme und jetzt entscheide ich mich mal ich nehme tatsache doch wieder abend mal hier und ich hatte letztens was natürlich wieder völlig verschollen ist auf dem arbeitsplatz das ist aber egal wische hier einfach mal ein bisschen himmel und schaue dass ich nicht ins haus komme das sieht super aus perfekt genau nummer eins ich könnte mir auch noch bäume aufsetzen und dafür suche ich gerade meine charlene die habe ich nicht das macht nix noch mal so eine neue stempel noch mal kurz das haus siehst du gleich bin ich mir eine maskier schablon das ist natürlich auch ganz simpel aber hier oben sie kannten gehe ich mal ganz genau und dann kann ich nämlich wenn ich möchte hinter das haus noch bäume und hier ist jetzt geschlossen gehe ich mal auf lohn schön ein streichen hier ist mein motiv ich schaue noch mal wo die sterne in etwa luft und das heißt ich legte es hier so auf und guck mal dass ich meine bäume so auf stempel noch mal die sind genau hinterm haus angelandet jetzt geht das hier an und man passt genau und formel könnten wir noch was haben wir hier so ein kleines bisschen boden würde ich nennen da gibt es anthrazit und da muss es hin okay den zweiten abdruck setzt sich hier vorne noch bisschen hier drüben kann noch einmal hin ja und damit ist das erste motiv schon fertig lege ich schon mal so auf nun drauf muss das dann und das ist das senkrechte karte wenn wir die so drehen wollen das ist twistet dann brauchen wir dieses element davor noch mal meine muster rausgeholt das ist das andere und hier müssen wir es so aufstellen dass wir das senkrechte haben ist wir ziehen hier hinten jetzt ebenfalls wein einfach schon mal ist es als bei so machen es wieder flach legen das dahin in die andere richtung hier muss es drauf geklebt damit uns das nicht verloren geht so schön darüber nachgedacht haben wenn wir das schon mal fixiert klebe schon mal dass die schutzfolie und setzte das ist aber ich habe mal gut da hinten an und schaue aber das vorne genau glatt ist und streiche das fest so muss das dann das element haben wir hier habe ich mir vorhin überlegt kommt hier an die ecke schleife aber auch schon ich muss mal ein bisschen was ich die und binden leise ziehen natürlich vorsichtig das war das papier nicht auch schon so auf und ein weißes wollen wir es gleich schon weiter stempeln wenn man eigentlich wir klappen das mal weg und dann muss mit dieser winkel in etwa so steht müssen wir da hinten ein paar bäume können wir natürlich auch machen wenn es drinnen klebt aber wir können uns jetzt mal so probieren so nach hinkriegen ein bisschen bäume und das oben drauf bei der anderen karte und jetzt wieder die denkphase das ist senkrecht und wenn es senkrecht ist das heißt dann ein anderes muster entweder machen wir es so wie bei meiner karte dass wir es jetzt so hinstellen wäre also auch die gängigste möglichkeit aber wir setzen noch ein drauf wir machen jetzt das motiv quer müsste mir nur immer wieder sagen vergesse ich nicht das heißt wir machen auch hier in die karte die organale das weggepackt halten wir nach unten und dann kommt das hier so quer das kleben wir fest weil wir es ja schon einmal und das überlegt wenn man dann immer vor uns hin dass ich auch ja nicht vergesse dass ich das motiv jetzt quer anlegen muss warum das war das kompletten super gerade hier so wird hochgestellt und so schaut es aus so das heißt wir nehmen uns jetzt das nächste element das ist dieses und arbeiten praktisch nehmen wir uns das bürstchen und leben was man ist im abendglau im hintergrund wo kann man machen man nicht ganz sicher eigentlich muss ja ganz oben auch ein bisschen mehr so dann noch mal das lodengrün auf die räume rausgeholt und dann setzen wir uns mal die bäume und überlegt ob ich hier dann doch mal den großen stern hinsetzen und nicht mehr so und ein bisschen weit nach unten ein bisschen spruch wollen wir ja auch noch haben so schleifen band gleichen band geht hier unten ein bisschen neu aufteilen auf der seite das geht hier unten und dann heißt es der spruch vom himmel gefallen und für dich gefangen wenn du locker darüber sind dann holen wir uns den aus den schneeflocken wünschen dann kommt da hin so gerade wie möglich dann nehmen wir für diese für das band hier unten unser doppelseitiges abweisklebeband und setzen es mal hier vorne drauf ja du kannst natürlich bei der gestaltung ganz frei machen was du möchtest bei der ersten karte habe ich auch ein bisschen im brust das habe ich mir jetzt wieder geschenkt als der wenigen füllen raus stand hier immer so und hier hinten alles drum geklebt so schaut das aus dann kommt ja wie kannst du die karte gewinnen ganz klar du kommentierst einfach unter diesem video hast eine woche zeit weit erscheinen des videos und dann hast du die chance und mir rein eine der karten jetzt in diesen wochen entstehen vielleicht auch diese wenn du unter diesem video kommentiert und da gezogen wirst du kannst du auch die möglichkeit unter allen videos zu kommentieren und irgendeine karte vielleicht wird sie das so jetzt haben wir das dahin gesetzt machen wir gleich noch das leben kleben leben das leben das mal da drauf das mal da in schleifen wurde der text schön zu lesen ist ein kleines stück was zum leben hast merke so dann kleben wir das hier drauf muss man noch das schleifchen etwas abschneiden die schere schneller als ich so und dann kommen wir ja zu unseren sternen aus dem ersten element ausgestanzt haben mit oder ohne schrift so hier wird man mit doppelseitigen abwärts gehen und zwischen geklebt dann habe ich nicht so klebrige finger wir haben ein bisschen was zu tun schön ausrichten das ganze hier so soll es dann stehen genau dort steht so hier diese und jetzt kleben wir fertig zusammen das setzten wir schon rein moment mein flüssig kleber streikt und muss ja nicht nur wir können auch anders dann immer halt das band so hat es deine chance es weniger klebrige finger matt und aus mittel reinkleben so dieses elemen und alle geprägten sterne und ein paar sellen dazu ganz oben drauf 1 hier kommt auf die rückseite kommen noch ein paar abstands klebepunkte drauf wo ich an die elemente setzen wo es nach unten von selber gehen könnte stern natürlich damit das schön mit abstand da sage ich mal lieber ein mehr weil wenn es klebt und dann so nach innen drückt nicht so schick jetzt schon wieder aus auf meinem tisch nicht zu fassen so hier drüben schieben und schubsen gut abdeckt so super so was ist unser schäfchen und hier ist also schon ein bisschen wald und jetzt nehmen wir zwei silberne denn die machen sich hier bestimmt gut kleine abstands klebepunkte gehen auch die kleinsten sterne der bestickten sterne das wird meine schräge geht dahin und der zweite jetzt super jetzt gucken wir mal ob wir den spruch dahin kriegen und zwar ruhige feiertage und zeit entspannen hier haben wir ja den anderen text da nehmen wir uns einfach noch für dich wo ist genug platz für ein für dich und das geht auch in droht nämlich fast dass sie auf die ecke gedrückt so ja wie gesagt im bossen könnten wir immer noch zwischen aber man muss immer auch ein bisschen gucken dass es nicht zu voll wird dann setzen wir hier oben noch zwei drei sternchen drauf und zwar gehen wir da auch auf die silberne bei haben wir schon also wenn man im ganzen man kennt das ja schon zwei haben wir wollen fünf oder drei wenn wir gehen wir uns mal auf wenn ich gerade nicht weiß ich finde sind meine vielen silbernen sich eben alle geprägt auch egal bestandstab so so viel muss ja auch nicht also selbst mal hier oben ganz sicher einnehmen ja wollen wir hier unten noch ein machen sehen wo die alle nachher hin sind ich bin gespannt man sehen ob ich zu finden kannst du auch schon mal ich habe hier vorhin gekurbelt wie ein weltmeister glaubst du nicht ist aber so also kommt man fünftes element natürlich hierhin genau hier überlege ich noch wie lang die schleife stehen bleibt okay die karte ist fertig entwetten wenn das video zu ende ist während hier unmengen sternen auftauchen so und bei dieser hier kommt der große ständer und der große stern kriegt schon mal einen großen klebe abstandsklinge punkt und je nach lust und laune von an die zacken noch ein paar klein ja wir sind jetzt im zweiten video haben gleich drei karten fertig du weißt also da kommt noch was aber sei nicht irritiert wenn es nicht 24 karten videos werden musste da mal ein bisschen rationale arbeiten hatte ich ja nicht fertig und der dezember mit seiner sternen post geht auch schon vor der tür wenn du wissen möchtest was sternen post ist ja sei gespannt da kommt was oder schau mal ein hauch winter zauber kommt dazu schon mal auf meinem youtube kanal in den in den moment das wird mir wieder ein wort in den playlist gibt es jede menge sehen was mit sternen kurs zu tun hat hier kommt der hauch winter zauber hin wunderbar und da wir das schon eingeklebt haben wir einfach was ein groß funktioniert oder es funktioniert nicht da muss man auch mal opfer bringen und zwar setzen wir hier vorne noch so ein paar tannen oder da können wir nix weiß ich über den rand stempel dann weißt du wieder ja zeigt sie extra so nach dem motto so machen wir es nicht so hat nicht über den rand gestempelt und hier hinten an die ecke kommt auch noch mal mutig sein so und jetzt haben wir ja gesagt wir wollten ja aus einer idee zwei karten kriegen das bedeutet jetzt wird sie hier oben noch mit geprägten sternen gearbeitet und nicht nur mit sondern auch mit übernimmt und mit dem ganz großen auch ist dem ganz großen auch dafür haben wir doch da extra so die zeit vergeht wenn man sich amüsiert ich setze das jetzt mal hier oben so ein bisschen an und schneide einfach was das kannst du natürlich ganz anders machen aber ich mach das mal er geht hier oben genau dran und dass er zwischen den moment zwischen den bäumen landet wollte ich sagen macht aber nicht ganz also muss ich noch ein bisschen nachschreiben aber jetzt mal so nummer eins ist da oben und jetzt suchen wir uns noch ein paar von den geprägten das wäre dann noch dieser so kommt es ja dann dahin ist schon auf die ecke muss ich noch ein klebepunkt setzen jetzt kommt der nächste stern noch ein und dann haben wir noch weiß noch ein weiß noch ein weißen hier ist noch ein geprägter der geht mit der kleinen braun das ist ja immer wie die zeit vergeht wenn man sich amüsiert so der sitzt hier oben in der ecke und jetzt der moment wo wir vorstellen muss wieder noch zwei silberner sterne dazukommen die hier gerade nicht da sind okay so wir legen jetzt mal alles beiseite was wir nicht brauchen und stellen hier unsere trockenparade hin wie gesagt da kommen noch zwei silberner die haben sich verkrümelt vorhin habe ich extra alles vorbereitet wie das immer so schön ist tritt sich um das alles weg so vier sterne sterne hier eine karte das ist die eine von den ersten gewesen die gibt es so das war auch eine von den ersten so da hinten steht meine weihnachtspost du weißt bescheid hier drüben steht eine von den neuen weg sie jetzt mal so aber du weißt du sie zu das schick die vom himmel gefallen und für dich gefangen ein hauch winter zauber zum nachtsfest also ist schon nicht schlecht oder jetzt noch ein bisschen silber rein ich weiß schon bescheid das wird nachgearbeitet nee alles was ich hier habe sind weiße sterne und dann haben wir das was man liest auch mal ein schönes wort auch mal die zweite von heute und du weißt zwei dieser karten dass du gewinnst ja ich hoffe dir hat mein projekt gefallen ich räume hier schon mal so ein bisschen auf ein schönes schlussbild ja gib mir gerne einen daumen hoch ich freue mich riesig abonniere meinen kanal wenn du es noch nicht gemacht hast dann verpasst du auch die weiteren videos dieser reihe nicht und alle anderen sowieso nicht schau dir gern mal meine schachtelparade an die 24 boxen für adventskalender und sei schon gespannt was da im dezember startet und ansonsten ja mach einfach mit und gewinne einer meiner gebastelten kann hier geht's weiter mit noch mehr anleitungen tipps und ideen also bleibt gern dran und sei gespannt vielleicht sehen wir uns ja gleich ich freue mich auf dich ist dahin seine angela von der stempel von